Hallo und herzlich willkommen zu Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos machen wir uns die Energiewirtschaft einfach. Heute geht es um die fünf wichtigsten Infos zur Elektromobilität. Beginnen wir direkt mal mit der Reichweite. Man hört ja oft genug, ich will keine Elektromobile, ich will schließlich ankommen und nicht zwischendurch irgendwo stecken bleiben. Rein durchschnittlich kommen Elektromobile heute statistisch durchschnittlich mindestens 250 Kilometer weit mit einer vollen Ladung. Gleichzeitig, rein statistisch, bewegt sich ein Auto in Deutschland pro Tag 38 Kilometer und im Regelfall reicht jedes Elektromobil für die ganz normalen Pendlertätigkeiten im Alltag. Zweitens hört man manchmal, das mit dem Tanken ist doof, da stehe ich eine halbe Stunde, bevor ich wieder losfahren kann. So funktioniert Tanken in Zukunft nicht mehr. Elektromobilität wird dann geladen, wenn das Auto sowieso steht. Autos stehen durchschnittlich mal mindestens 90 Prozent des Tages einfach nur herum und zwar zu Hause, in der Garage oder auf dem Parkplatz oder eben bei der Arbeit, wo sie im Zweifel acht Stunden am Stück einfach nur herumstehen. Und in diesen Momenten, wenn sie sowieso nicht genutzt werden, werden die Autos wieder aufgeladen werden, sodass man ohne Probleme wieder nach Hause kommt und noch umso weiter fahren kann. Dementsprechend machen Tankstellen in Zukunft nur noch dann Sinn, wenn man tatsächlich Schnellladestationen, die also auch nur eine Viertelstunde brauchen, zum Beispiel an der Autobahn sinnvoll positionieren kann. Drittens, das mit dem Laden. Ich habe gehört, dass dann das Stromnetz kollabiert, weil alle gleichzeitig laden. Es werden nicht alle gleichzeitig laden. Auch wenn alle Autos gleichzeitig dastehen, die Steuerung eines Stromnetzes zum Aufladen der Elektromobile kann intelligent stattfinden, sodass alle nacheinander hier und da oder in entsprechend weniger Intensität aufgeladen werden, weil das Elektromobil ja auch weiß, ich werde sowieso erst morgen früh um sechs wieder gebraucht. Also muss ich auch um sechs erst wieder richtig aufgeladen sein oder zumindest schon mal um vier, weil vielleicht ist ja morgen was Besonderes, muss ich schon mal bei 80 Prozent sein. Solche Dinge werden einerseits durch den Fahrer selbst eingestellt werden können, andererseits werden sie sich aus dem normalen Nutzungsverhalten des Fahrers speisen und dementsprechend kann man sicherstellen, dass einerseits das Netz immer ordentlich ausgelastet ist und gleichzeitig auch eine super Speicherfunktion in den Elektromobilen hat und sich immer ein bisschen ausgleichen kann. Und gleichzeitig der Nutzer jederzeit mit einem vollen Motor losfahren kann. Viertens, es ist ja schön und gut, wenn man Autos mit Batterien betreiben kann, aber was ist mit den größeren Geräten? Busse können durchaus auch mit starken Elektromotoren betrieben werden und entsprechend großen Akkus und sie können an jeder Haltestelle prinzipiell kurz geladen werden durch Induktionsspuren, die unter der Erde sind oder eben an einer Endhaltestelle, wenn man dann auch mal wieder eine halbe Stunde lang steht, ist es gar kein Problem, einen Bus wieder ziemlich voll zu laden. Gleichzeitig ist die Kombination mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle ziemlich klug. Das gleiche bietet sich auch bei der Bahn an. Es sind in Deutschland nur in etwa 50% der Bahnlinien mit entsprechenden Stromleitungen versehen, sodass in der restlichen Hälfte Wasserstoffantriebe mit Brennstoffzellen betriebenen Zügen entsprechend sinnvoll genutzt werden können. Das gleiche gilt auch für Flugzeuge und Schiffe. Auch da ist Wasserstoff als besonders energiedichter Treibstoff die beste Möglichkeit, um sauberen Antrieb zu gewährleisten. Und fünftens die Preisfrage. Es gibt nicht nur Tesla. Es gibt auch von anderen namhaften Herstellern Elektromobile für weniger als 30.000 Euro und in Zukunft für weniger als 20.000 Euro. Von daher, es muss nicht immer die teure Lösung sein, um an sein Ziel zu kommen. Das waren die fünf wichtigsten Infos zur Elektromobilität. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal bei Energiewirtschaft einfach gemacht.